Achso! Oh Gott! Aua! Ja! Autsch! Okay! Bist du bereit? Okay! Und damit hallo und herzlich Willkommen liebe Community Bei einer neuen Spielchen Und zwar, wir spielen Human Flat Mit dem lieben Chris Cookie Hello Leute! Hello alle! Ich geh ob ich behindert wär! Die Musik ja hier Voll am laufen! Warte, wie geht das Spiel? Ich hab... Oh! Jetzt ist es weg! Warte, ich glaube, muss man aufheben Noch mal aufheben Das ist dieses Musikding, warte mal ganz gut Alter, das sieht's, Alter! Das sieht aus, als ob ich hier grad besoffen Komm, wir nehmen dich an die Hand Nein! Ich will nicht! Ich will nicht! Weg damit! Wir schaffen das schon, wir schaffen, brauchen kein Video Oh! Es ist wieder da! Warte, muss man halt die Musik bisschen leiser stellen Alter, ist das laut! Echt? Ja, ich hab schon leiser gemacht bei mir Oh, jetzt ist es viel besser! Junge, war das laut! Warte! Warte, nehm ich an die Hand! Nehm ich! Ey, ist mein Arsch! Lass mir Arsch los! Los! Lass mich umarmen! Oh! 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 Ich kann ihn aber nicht weg! Hier, lass mal den Knopf drücken! Lass den Knopf drücken! Ich komm nicht ran! Warte! Als ob wir 3 Promille hätten! Das schaut's aus nach der Wiesn Ach, sorry! Oh, jetzt müssen wir zwei Knöpfe drücken! Jetzt ist Teamarbeit gar nicht gesagt! Ah, das ist ein Aufgabe! Oh Gott, was ist das? Ah, cool! Video! Ha? Ha? Du musst den anderen Knopf drücken! Ja, aber der sagt mir grad was! Ja, weg damit! Das ist nervig! Wir haben übrigens hier so einen tollen Strampler angezogen mit einer tollen Mütze, weil es so kalt draußen ist momentan! Ja, passend zur Seite! Ich muss da auch auf den Knopf! Ah! Ah! Weg da! Weg da! Hey, kann der sprinten? Nee, kann er nicht, oder? Ja doch, kann er! Ein bisschen sprinten kann er! Ich schaffe! Der pinkelt! Warte, komm ich da rauf! Warte! Der kann springen! Warte! Hey! Der kann nicht klettern! Ich dachte, er kann klettern! Geht nicht! Ich komm nicht rauf! Warte, ich helfe dir! Kann ich dich nicht hochdrücken? Ja, probier mal! Ich probier dich mal! Boomenfall ist übrigens eines der lustigsten Spiele dieses überhaupt! Warte doch mal! Warte, ich drück dich! Ich drück dich hoch! Ja! Das geht nicht, Alter! Kann ich mich nicht drücken? Oder kann man es doch? Du musst mich schon auslassen, Alter! Was? Wir gehen hier weiter vor. Moment! Nein! 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 Boi! Ach! 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 Ich muss noch mal drücken! Was? Und ergreife jede Gelegenheit mit deinen Händen! Okay du bist meine Gelegenheit! Los! Nein! Lass los! Vertrau mir! Was? Ich soll loslassen? Lass los! Ich kann es nicht. Nein. Errungenschaft freigeschalten. Glaubensfall. Oh Gott, Hilfe. Aua. Oh, tot. Da ist ein Zug. Da ist ein Zug. Tante Dokumotive hier. Kann ich da was machen mit der Bank? Oh, schau, ich bin tot. Wie, du bist tot. Nein, warte. Ich komme wieder. Okay, warte mal. Können wir den Zug irgendwie binden? Wollen wir irgendwas machen? Ich glaube, wir brauchen das Ding da. Schau mal. Hier ist eine Tür. Hier ist eine Tür. Das Ding da weg. Ganz weg. Hier, Müllentsorgung. Oh. So, wie es sich gehört. Nein, oh Gott, Hilfe. Was, was ist losgefallen? Hilfe. Oh, schau, da ist er ja. Wie funktioniert das? Easy, Alter, easy. Nein, ganz nie. Wie geht denn die Steuerung? Kann ich mich nicht hochziehen? Ja, ich kann mich hochziehen, oder? Warte. Alter, schau es aus, ob du gerade das Ding pumpen willst. Ich komme da nicht hoch. Ja, doch. Hey, wie geht es? Drück mich hoch. Ich weiß nicht, irgendwie geht es. Warte, ich wollte, wie das ausschaut. Wie geht es? Wie geht es? Warte, warte. Nein, doch nicht. Warte, noch ein Stück. Noch ein Stück. Warte. Nimm meinen Fuß. Drück meinen Po hoch. Oh nein, die drüben springen. Egal, gehen wir weiter. Okay. Oh. Ah, die Nies. Das Ganze. Ah, wir müssen diese Rätsel lösen. Das ist jetzt. Müssen wir doch hoch. Drück mich hoch. Okay. Ich versuche es. Warte, warte. Warte, ich muss mal. Nein. Aua. Nein. Ja, nimm nicht meine Aua, meine Hand. Jetzt hau ich dich. Wie hast du das geschafft? Ich habe ein Po hochdrücken. Oh, kannst du rutschubsen. Ja. Das ist es. Das ist es. Ich schaffe es. Ich schaffe es. Ich schaffe es. Ja, ich bin um. Du hast es geschafft. Ja. Boom. Ich bin hier. Okay, jetzt müssen wir das Ding ziehen, oder? Ich glaube, das müssen wir zu zweit ziehen, oder? Okay, ich glaube, das ist zu schwer, oder? Das schaffen wir. Das schaffen wir. Ich ziehe an dir. Ich ziehe an deinem Po. Ja. Warte. Warte, nicht, dass wir runterfallen. Hä? Wo laufe ich denn? Hey, ich hänge fest. Ja, ich glaube, ich hänge fest. Ah, nicht die Schiene ziehen. Ich drücke. Nicht wegschieben. Was ist das? Warte. Ich nehme. Okay. Jetzt. Ja. Ziehen. Ziehen. Aber wie kommen wir jetzt darauf? Warte. Warte. Wie das ausziehen, Alter. Wie dein Arschrauschen streckst. Warte. Ähm. Ah, nee. Eine, ah. Eine muss, glaube ich, oben sein, ne? Ja, stimmt. Okay, wir müssen es nochmal. Nochmal schieben. Ich kann mal, ich schiebe, ich schiebe. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch. Noch. Nein, warte. Oh Gott. Also, jetzt gehe ich hoch. Ich kriege das hin. Das kriege ich hin. Okay, ich bin oben. So, und du musst dich dann hochziehen. So. Wie gehe ich dich denn hoch dann? Äh, du musst mich greifen jetzt, okay? Ich muss dich greifen? Ja, ich versuch mal. Aber wie greife ich dich denn? Warte mal. Hopp. Hier, nimm meine Hände. Alter, das geht gar nicht. Warte doch. Nimm meine Hände. Bis. Du musst springen. Nimm sie. Ich kann klauen. Ich. Kommst du nicht hoch, gell? Ich. Ich schaffe es. Ich schaffe es. Warte, Knopf drücken. Scheiße. Ich schaff es nicht. Warte mal. Oh, ich springe mal. Ich springe. Schauen wir, wie weit ich springen kann. Tschüss. Was? Hey, warte mal. Hier. Hier sind Dings. Eine Bank. Kann ich die verwenden? Nee, die kann ich ziehen. Ich weiß nicht wie, aber ich bin schon im zweiten Level. Kannst du dann nicht springen? Geht es nicht? Nee. Warte. Warte, ich komme hin. Ich halte mich. Ich helfe dir. Warte, Moment. Warte, warte, warte. Ich komme da nicht ran an dich. Komm nicht ran. Ein Stück noch. Nein. Oh Gott. Ach, Scheiße. Warte, ich versuch's nochmal. Ich versuch's nochmal. Okay, versuch's nochmal. Aber ich glaube nicht, dass das das Ziel, die Lösung aller Dinge ist. Ja, ansonsten komme ich da gar nicht drauf. Vielleicht müssen wir das nur ein Stückchen noch weiter schieben. Warte. Warte, 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 warte. In meiner Hand. Nimm sie. Ein Stück. Nein. Hast du sie? So. Es ist Millimeter weit. Ich komme nicht ran. Nur ein kleines Stück. Nein, ich. Oh, Scheiße. Es ist aus vorbei. Scheiße. Hey, lass meinen Kopf los. Lass meinen Kopf los. Warte, wir müssen es ein bisschen weiter. Warte, noch ein Stückchen. Vielleicht noch ein Stückchen. Noch ein Stückchen. Ja, weißt du, wir müssen drüben raufkommen auch. Noch ein Stückchen. Ja, ja, wir kommen noch. Wir kommen noch. Jetzt kommen wir immer noch. Immer noch? Okay. Glaubst du, das kriegen wir hin? Ja, versuchen wir mal. Alter, Alter, Alter. Warte auf mich. Ich bin unterwegs. Der sprintet gar nicht. Und wie machen wir das jetzt? Ich versuch's. Und. Ja, ich schaff's. Das war nicht so gut. Jetzt kann ich nicht mehr rauf. Zieh mich hoch. Wir ziehen uns hoch. Du hältst dich hoch, du weißt. Ja, ich schaff's. Hast du es geschafft? Ja. Zieh ein bisschen zurück. Ich muss das noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Sag mir, wann ich nicht mehr kann. Ja. Oh, jetzt. Oh, geht noch. Geht noch. Geht noch. Und aus. Oh, das war's. Okay, das geht noch. Das geht noch. Das kannst du springen. Oh, das ist ganz nah. Das müsste jetzt gehen. Das müsste gehen, oder? Ja. Das klappt bestimmt. Warte. 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 Und. Anlauf. Und halt dich fest bei mir. Hopp. Ja, wir haben's. Dankeschön. Ja, gerne. Danke. Yippie. Ich hab die Türen aufgemacht schon mal. Oh, das ist schön. Toc, 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 toc. Hey, das ist ein Geimgang, oder? Komm da rein. Hopp. Geimgang, oder? Warte, ich drück dich hoch. Ja. Kann ich dich drücken irgendwie? Ja, du kannst. Ja, genau. Oh, ich bin drin. Schau mal. Hey, ich bin echt drin. Was ist da drin? Da in der Kiste. Wie zieh ich mich denn hier hoch? Immer Springer drücken. Ich komm nicht weiter. Hä? Check ich jetzt nicht. Da ist was drin. Das ist so finster. Ah, das war's falsch. Ah. Aber wozu kann ich da reingehen? Check ich jetzt nicht. Komm, ich kann mich da nicht reinrücken. Er kommt. Er packt es nicht. Alter, bei mir ist schwarz. Ich seh nichts mehr. Ich weiß nicht, wo ich hingehe. Scheiße, ich seh nichts mehr. Geh jetzt mal weiter. Fuck, ich komm nicht mehr raus. Saving. Ach so, abgesperrt. Schön. Ich hab einen weiteren Ort entdeckt. Das ist schön. Hey, ich komm nicht mehr raus. Hey, gibt es hier irgendeine Lampe? Ich kann ein bisschen retten. Fuck. Da muss ich ja unbedingt reingehen. Warte. Gibt es da irgendwo einen Schalter oder so? Vielleicht kann man unten nicht entschalten. Ich würde mich da ja gerne hochdrücken, aber es geht halt nicht. Such einen Schalter, ob oben einer ist. Scheiße. Komm da gar nicht rein. Geht gar nicht. Wie hast du das denn geschafft? Nicht reinklettern. Geh die Treppe rauf und schau, ob oben ein Schalter ist. Probier's. Ich hab's gleich. Ja, wenn du jetzt bei mir drin bist, dann hilft es auch nicht, weil dann gehst du auch in den Dunklen rein. Ja, doch. Hä? Was? Ja, das klappt bestimmt irgendwie. Warte. Na schon, aber was bringt das? Dann bist du auch im Dunklen. Vielleicht ist oben, wenn du die Treppe weiter folgst, ein Schalter, dass man Licht einschalten kann. Warte. Begib bestimmt oben. Warte, ich probier's nochmal. Ja, jetzt. Ja, ich hab's geschafft. Gibt's hier ne Taschenlampe, wo man einschalten kann? Wo bist du denn reingegangen? Ach, du bist da ganz runter. Ja, es bist bei Springen. Scheiße, da gibt's keinen Lauf mehr. Hier wieder raus. Nein. Was macht der denn damit? Was macht der? Ja, 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 sehr gut. Okay, ich geh hoch und ich probier mal, ob ich was find. Ja, guck mal was. Hm, da ist noch so ne, da ist noch so ne Anleitung. Halte dich an einer Säule fest, während du auf der Plattform gehst. Okay. Wälder. Ja, ich will raus. Ich glaub, das klappt nicht so gut. Säule festhalten. Kann ich hier nicht hochjumpen? Kann ich mich selbst nicht umbringen? Scheiße. Kontrollpunkt lang. Oh Gott, Hilfe! Aua. Autsch. Ah ja, jetzt bin ich auch hier. Danke. Schön. Das ist ne Falle gewesen. Das war ne Falle. Wie getan. So, wie war das? Säule festhalten, wie? Da, das ist so ein Sprechding. Da. Ich spreche. Ich spreche. Halte dich an einer Säule fest, während du auf der Plattform gehst. Säule festhalten. Halt mich hier fest. Okay. Und jetzt? Jetzt? Und jetzt? Ich, ich zieh dich, ich zieh dich. Schau mal. Warte mal, warte mal. Hä? Halt dich doch fest hier. Hey, wir brauchen das Ding noch. Schau, jetzt kannst du's. Jetzt? Yeah! Das sieht so geil aus. Komm schon. Das ist ein Mucki. Ich glaub, du musst dich festhalten, oder? Das geht so auch. Ja, aber warum muss ich mich denn festhalten? Das macht doch gar keinen Sinn. Nee, eigentlich nicht, ne? So, jetzt. Ist es aus. Oh Gott, nicht runter. Warte. Warte, 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 warte. Ja. Boing. So. Okay. Geh hoch. Warte, ich hoch, ich hoch, ich hoch. Oh Gott. Das schaff ich. Das schaff ich. Ich glaub, das schaff ich. Schafft. Das ist schön. Ich hab's nicht geschafft, fuck. Hey, du kommst da doch hoch, oder? Oh. Kannst du dich nicht da rechts festhalten? Warte. Warte, ich geb dir die Hände. Kann ich dich nicht irgendwie hochziehen, oder so? Schau mal, geh hier mal hoch. Warte mal kurz. Ja. Ah du, okay. Das geht das auch. Das ist einfach mehr Kraft als ich. Nee, ich schaff das immer. Hallihops. Easy going. Hey, hör mal zu. Oh, mein Herz, mein Herz. Nein. Warte, ich zieh dich raus. Mein Herz. Oh Gott, ich hab' die Hand gebrochen. Entschuldigung. Jetzt los. Oh Gott, ich hab' die Hand gebrochen. Was war das? Komm hier. Komm hier. Warte mal. Ich hole die Kiste. Ich hole die Kiste. Jetzt. Wollte ich nicht. So, jetzt. Das ist so geil. Das ist so geil. Okay, wir kommen hier raus. Los. Warte, warte. Bekommst du hier runter? Ganz vorsichtig. Ich kann mich hier nicht drüber springen. Ganz vorsichtig. Ja, ich helfe dir. Ja, wir schaffen das. Warte. Jetzt haben wir es. Gott sei Dank. Hey, Wigen. Hm, Upsi. Okay, dann müssen wir das so machen. Also, ich habe auf jeden Fall Portal-Erfahrung. Das kriegen wir hin. Was tut er? So, es war laden. Und, tschüss. Kann ich da auch einen Knopf drücken? Hä? Hä? Spinnt er? Drück mal. Drück doch. Drück doch. Geht nicht. Bei mir geht es nicht. Nido, es geht nicht. Drück den Kackacken-Knopf. Was? Du schaub ich drauf! Upps! Oh, ich bin unfallt! Er macht Sinn! Er ist behindert! Jetzt geht's! Ok jetzt! Sehr gut! Scheiss! Knapp, Bruder, ich hau dich! Ich mach dir nicht jetzt was! Geht auch. Nicht raufklettern! Was ist da? Geht auch. Du hast geschafft. Ich bin oben! Lauf! Hast du es geschafft? Ja, das war vor allem sonst. Hä? Ah, wir müssen die Kiste... Ach so, deshalb, okay. Warte, ich bring sie rauf. Okay. Und schieb das Ding jetzt dann rüber. So. Komm ich jetzt hier rauf? Ja, spring immer leer das, immer leer das drücken. Ich probier's. Lass die rechte Hand los. Nur die linke lassen. Da siehst du. Okay, ich hab's. Warte. Warte. Ich hab die Kiste. Ne, ne, ne. Toten fallen, Toten fallen. Was ist mit dir los, Alter? Nochmal. Oh, so oft, so oft. Hab gedrückt, hab gedrückt. Warte, ich hab da auch nen Knopf dran. Ach so. Ich würd sagen, Lageristen vom Dienst. Ja, volle Bros. Krieg das hin. Doch. Okay. Und drücken. Und, ja. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Bisschen noch. Okay. So, jetzt aber, jetzt aber. Ich komm mal, ich komm mal, ich komm mal. Alter, was der wie Muckis hat. Der hat total die Kraft. Der hat total die Kraft. Kannst du ihn? Kannst du so einen Eisenwagenwagon tragen? Ja, no Problem. Ja, ja. Den zieh ich mit einer Hand. Ach so. So, Mr. Basin. Ja, so kannst du springen. Okay. Okay. Ja. Ja, nein. Du bist der Oberprofi. Du bist echt der Oberprofi. Ich bin der Oberprofi. Natürlich bin ich das. Haha. Oh, so können wir wieder springen. Haha. So. Aber bevor wir in die nächste Level gehen, würde ich sagen, das war's mit dem Part, ne? Aua. Okay. Warte, ich zieh dich schnell her. Ich zieh dich schnell her. So, komm her. Hey, du hängst fest. Zieh mich. Zieh mich. Oh. Nichts fallen. Nicht fallen. Okay, Leute. Das war's. Danke fürs Zusehen. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst doch bei mir Carlos oder mir ein Like, Kommentar da. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.